Herzlich Willkommen bei der Schreinerei Thomas Siegwardt im Ortsteil Schollach der Gemeinde Eisenbach im Hochschwarzwald. Unsere Schreinerei zeichnet sich durch Tradition und ehrliches Handwerk aus. Mit viel Liebe zum Detail und mit sauberer Handwerksarbeit fertigen wir Ihre Wunschmöbel und Einrichtungsgegenstände an, stellen uns genau auf Ihre Anforderungen ein und beraten Sie gerne. Auch die Anpassung oder Renovierung bzw. Reparatur Ihrer Möbelstücke übernehmen wir zuverlässig. Nehmen Sie jetzt Kontakt mit uns auf.